Und dann wollen wir mal. Guten Tag, guten Tag. Ich möchte eine Quest bekannt machen. Möchte ich das? Ja, ich möchte das. Machen wir heute noch eine Hauptquest. Bevor wir weiter jagen gehen. Hilf ihm. Beweg dich. An die Arbeit. Läuft alles? Wir mussten improvisieren. Aber das ist ein Ja. Da müssen Sie das Flammensiegel tragen. Ah, hier geht's voran. Boss! Kommandant! Was ist? Gegen Morgen sind wir fertig. Versprochen. Ich verlasse mich drauf. Wenn es so weit ist, weißt du, was zu tun ist. Der Einsatz beginnt bei Tagesanbruch. Da liegt ein langer Tag vor uns. Was, alter Mann? Wir müssen es schaffen, bevor die Sonne weg ist. Ja, die Sonne ist ja gar nicht da. Ist ja nicht so schwierig. Also. Fuch! Ist der ein bisschen früher da als gedacht? Der Zora mag da was. Unsere erste Begegnung mit ihm war ja auf dem Schiff. Jetzt kommt die zweite. Ja wo ist denn meine? Hier ist meine. Kann ich aber nicht benutzen. Toll. Also ich muss hier. Ja. 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 Ich bin immer von der Feilchen. Ich will ja nicht allzu negativ fliegen, aber das hat ihn echt beeindruckt, was wir hier gemacht haben. Aua, ja gut, die haben wir Kanone. Äh, ist hier noch irgendwo was, was ich benutzen kann? Da ist der auch wieder alles kaputt. Eine Munition mehr, aber hier ist keine Munition mehr. Leute. Ja, das bin ich irgendwie viel. Ja, bin ich, keine Angst. Guck mal hier, haha, schön, ne? Oh, oh. Nicht so schön. Ist okay, ich gehe wunderschön. Vielleicht magst du Kanonenkugeln lieber. Mir gefällt es nicht, dass er so oft zukommt. Das ist kein gutes Zeichen. Wir machen pro Kanonenkugel 150 Schaden, also eine geht noch hier, komm. Hopp, 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 hopp. Und wir bekommen Erforschung, weil wir gebrochene Teile von ihm bekommen. Ich weiß nicht, wenn der Rest auch mal feuert und nicht nur ich. was? Ich habe keine Angst vor dem oder was? Bis auf das ich einmal von der Hand erschlagen wurde, ist alles super. Oh, ich habe keine Angst vor mir. Ja, ähm, tschüss. Bewegung! Ja, ich bin ja dabei. Nur weil ich Respekt vor dem Ding habe, weil das einfach ein Monster ist, was... Ich weiß auch nicht wie groß ist, ne? Kann Julian die auch abfeuern? Oh, wie cool, Julian lädt die auch nach und feuert. Zeit, die Bestien zu bändigen! Binder fertig machen! Klettere hoch! Die Binder sind oben auf der Barriere! Verschieße sie mit der Balliste, wenn du so weit bist! Erste Binder Station erfolgreich! Wir haben seine Bewegung eingeschränkt! Jetzt! Feuer! Zweitere in der Station erfolgreich! Jetzt gebt alles, was ihr habt! Wir müssen ihn zermürden! Ach, der Arme, ey! Ach, der Arme, ey! Auch wenn er in die Kanone reinpasst! Wir machen ganz ordentlich Scheiben, würde ich sagen, ja? Also er tut mir zwar ein bisschen leid, das gebe ich zu, aber... Ich habe wenig keine Kanten bekommen hier. Scheiße. Also können wir mit der Balliste noch abschießen, obwohl die... Ja, in Bewegung ist hier. Da ist einer, da ist 13. Dann machen wir doch lieber da, wo 13 ist. Guck mal hier, machen wir doch echt gut. Ist hier unten noch irgendwas, was wir benutzen können? Ah, hier ist wieder Kanonenkugeln gespawnt. Ja, das war ja klar, dass er sich befreit. Komm, Julian. Wir machen das zusammen. Team Röck. Oh, oh. Okay, es kommt kein Arm. Aber richtig cooler Kampf, ey. Also, auch, dass Julian mitmacht. Schatten bringt nicht so viel. Wie viel Leben der wohl hat? Stuhl zwei? Drei? Vielleicht noch vier? Na komm, Julian. Die kannst du auch noch reinfangen. In welchem Zustand befindet sich das Ziel? Es ist immer noch nicht geschwächt genug, um eingefangen werden zu können, Sir. Das ist überhaupt noch nicht eingeschwächt. Das ist einfach noch voll da. Schau mal, dass es mir irgendwie ein bisschen leid tut. Und so eine Armee gegen sich zu haben, ist bestimmt auch echt toll. Nein, macht er nicht. Oh. Was soll ich nützen? Bewegung, Jäger, zur Flugstation. Erstanden. Entere die Mistkal jetzt. Jetzt kommt es drauf an, Partnerin. Du schaffst das. Da unten. Ich bin verfügt. Was muss ich tun? Los, los. Achso, das muss ich tun. Wir sind auf seinem Rücken, alter Mann. Erwarten weitere Befehle. Findet die Magma-Kerne im Panzer der Sora. Das sind seine Schwachpunkte. Greift sie an, um die Bestie zu zermürben. Vorsicht vor dem Magma-